Ich bin seit zwei Tagen im Irak in Erbil und war das letzte Mal hier im August und kann sehen, dass sich in dieser Zeit enorm viel entwickelt hat. Damals im August lagen die Menschen auf der blanken Erde, im Freien, vor dem Haus des Bischofs oder im Norden lagen sie unter Bäumen und Büschen am Straßenrand. Und heute ist ein Riesensprung nach vorne. Die Menschen sind entweder noch in Zelten untergebracht oder in Containern oder in von Kirche in Not angemieteten Wohnungen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Viele von ihnen haben Arbeit gefunden und können deswegen zum Familienunterhalt beitragen. Die allgemeine Versorgung ist am Existenzminimum knapp. Also es ist gut, wenn die Menschen dazu Geld verdienen können, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber diese ganzen Fortschritte ändern natürlich nichts daran, dass die ganze Situation nach wie vor verzweiflungsvoll ist, weil es gibt keine Perspektive für die Zukunft. Und das ist besonders für die Kinder eine traumatische Situation. Aus der Perspektive der Eltern ist es schrecklich zu sehen, dass die Kinder einer sehr ungewissen Zukunft entgegen gehen. Auch hier gibt es Fortschritte. Wir haben Schulen mithelfen können zu errichten. Und man sieht, der Unterricht funktioniert. Also Fortschritte einerseits, aber trotzdem das Ganze in eine gewisse Perspektivlosigkeit hinein. Und da müssen wir, müssen die Menschen hier sehen, damit zu leben, nicht traumatisiert zu werden. Denn es ist einfach im Moment keine politische Lösung abzusehen. Die Regierung in Bagdad zeigt keine Anzeichen, Mosul zu befreien, um nur ein Beispiel zu nennen, was ganz wichtig wäre für die Christen, um eine Perspektive zu haben. Und so träumen die jungen Leute alle vom Auswandern, während die Älteren doch hoffen und mit ihnen die Kirche, dass die Christen hier an diesem Ort, wo ihre Ursprünge liegen, auch in Zukunft verbleiben können. Was am Ende noch hilft, ist beten und helfen und der Rest ist in Gottes Hand.